Ich bin Jack, der noch ein kleiner Junge von Manuel und der自由artige Mutter. Mama kommt später. Ein Tag wurde mir von uns abgeholt. Auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung St. Maria in Berlin-Nikolas hier untergebracht. Habt ihr eigentlich bemerkt, dass wir einen neuen Mitbewohner haben? Du brauchst sie anzugucken, das kann sie gar nicht schleiten. Ich möchte zu meiner Mutter. Was, wenn sie noch bald Ferien, kannst du sie ganz lange sehen. Mama? Mama? Ich kann auch nicht. Und Mama ist nicht mehr. Hier ist Jack. Ich komme jetzt nach Hause. Ist mein Bruder da? Wie geht's? Gut. Mama ist nicht da. Wir müssen sie suchen. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt. Komm, aber ich hab's gut. Eure Mutter hat euch hängen lassen. Sie ist doch schon seit Tagen weg. Kapiert es doch endlich mal, Jack. Das Wisch! O母さんを探して, 未来を探して駆け抜けた 人生で一番大切な3日間 Come. Und das? Ich bin für das. Wir müssen nachdenken. Ich bin für die Zeit. Ich bin für die Zeit. Ich bin für die Zeit.